Aber Mama, morgen ist doch Silvester und wir wollten doch zu Hause feiern. Alle zusammen, mit Tante Jule und Onze Chris. Leider geht das jetzt nicht. Aber sei nicht traurig. Wir werden alle hier bei dir sein und zusammen Silvester verbringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Lieber, du könntest runterfallen. Ich mach das jetzt. Ich kann das schon. Siehst du, Mädchen können doch was. So darf Bäume kletzern. Und jetzt komm ich wieder runter. Wovor eine Erzieherin mich sieht. Oh nein! Oh nein, Greta! Das wollte ich doch nicht. Oh, mein Bein tut mir so weh. Was ist denn hier passiert? Greta ist auf den Baum geklettert und dann runtergefallen. Greta, was tut dir weh? Mein Bein. Kannst du aufstehen? Nein, das tut so weh. Was ist denn hier los? Nadine, ruf bitte schnell einen Krankenwagen. Greta ist vom Baum gestürzt und hat sich am Bein verletzt. Und informiere die Eltern von Greta. Ja, klar, mach ich. Jansen, hallo? Hallo, Frau Jansen. Sie müssen ganz schnell in den Kindergarten kommen. Greta ist gestürzt und muss ins Krankenhaus. Um Gottes Willen! Ja, ich komme sofort. Ich muss sofort los. Ja doch, Bello. Ich muss jetzt ganz schnell zu Greta. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Geht bitte zur Seite. Was ist denn genau passiert? Greta ist vom Baum runtergefallen. Tut dir das weh? Ja, das tut sehr weh. Das Bein ist wahrscheinlich gebrochen. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Wir legen dich jetzt vorsichtig auf die Liege. Schon fertig. Oh, meine Kleine. Mama ist bei dir. Oh, Mami, das tut so weh. Es wird alles gut. Was passiert denn jetzt mit Greta? Wir fahren sie jetzt ins Krankenhaus. Oh, Greta. Dort wird man dir helfen und gegen die Schmerzen bekommst du ein Medikament. Ich will kein Medikament. Das muss sein, Greta. Wir müssen jetzt die Liege in den Krankenwagen heben. Sie dürfen sich vorne mit reinsetzen. Oh, Mami, warum habe ich auf Heinrich geholt und bin auf den Baum geklettert? Das ist jetzt egal, Mäuschen. Hauptsache ist, dass du bald wieder gesund bist. Das tut so weh, Mama. Das glaube ich dir. Arme Greta. Ja, arme Greta. Wir hoffen, dass Greta ganz schnell wieder gesund wird. Wir müssen das Bein röntgen, um zu sehen, ob es gebrochen ist. Ja, ist gut. Sie müssten leider so lange draußen warten. Greta, ich bin hier gleich vor der Tür. Das geht ganz schnell. Die Ärzte müssen ein Bild von deinen Knochen machen. Du bist doch ein tapferes Mädchen. Tut das weh, Mama? Nein, da merkst du gar nichts von. Viktoria! Oh, Peter! Was ist passiert? Wo ist Greta? Sie ist gestürzt und hat sich am Bein verletzt. Sie wird gerade gerönt. Dann wissen wir mehr. Familie Jansen? Ja? Sie können jetzt wieder zu Greta. Mensch, Greta, was machst du denn für Sachen? Ach, ich wollte Heinrich beweisen, dass Mädchen doch so können. Das musst du doch nicht beweisen. Das weiß ich auch so. Ja, leider ist Greta's Bein kompliziert gebrochen. Wir müssen sie operieren. Sie muss ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Was? Ich muss im Krankenhaus bleiben? Ich will aber nach Hause. Ich werde bei dir bleiben, Greta. Dein Bein muss operiert werden. Du kannst jetzt nicht nach Hause fahren. Aber Mama, morgen ist doch Silvester und wir wollten doch zu Hause feiern. Alle zusammen mit Tante Jule und Unze Chris. Leider geht das jetzt nicht. Aber sei nicht traurig. Wir werden alle hier bei dir sein und zusammen Silvester verbringen. Ich fahre dann mal schnell nach Hause und bringe Greta die Sachen, die sie braucht. Mach das. Mama, ich habe Angst. Was ist denn, wenn es weh tut? Das wird es nicht. Du bekommst gleich eine Narkose. Dann wirst du ganz tief schlafen. Was ist eine Narkose? Das ist sowas wie Zauberluft, die dich zum Schlafen bringt. Und dann wachst du wieder auf und es ist alles vorbei. Ist gut, Mama. Ich warte hier auf dich, Greta. Ja, Mama. So, Greta, ich setze dir jetzt eine Maske auf. Aus der kommt Luft, die dich dann zum Schlafen bringt. Das weiß ich schon. Das hat mir schon meine Mutter erklärt. Na, dann ist ja gut. Dann geht es jetzt los. So, dann schlaf jetzt schön, Greta, und träum was Schönes. Ja, mach ich. Hallo, ist niemand zu Hause? Bello, wo sind denn alle? Anna, ich bin oben. Papa, was machst du hier? Wo sind Mama und Greta? Ach, Anna, Greta ist im Krankenhaus. Was? Warum denn? Es ist nichts Schlimmes. Sie ist im Kindergarten gestürzt und hat sich am Bein verletzt. Sie wird gerade operiert. Ich packe ein paar Sachen für sie zusammen. Sie muss leider ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Und Mama bleibt bei ihr. Ach, meine arme kleine Schwester. Können wir gleich zu ihr? Ja, das machen wir jetzt auch. Hallo, Anna. Hallo, Mama. Mama, wie geht es, Greta? Sie wird noch operiert. Sie müssten aber bald fertig sein. Wie geht es, Greta? Gut soweit. Wir sind mit der OP fertig. Greta ist im Aufwachraum. Es ist alles super verlaufen. Sie hat jetzt einen Gips bekommen und muss ihn ungefähr vier Wochen lang tragen. Wann kann sie denn nach Hause? Sie muss leider für ein paar Tage noch in der Klinik bleiben, zur Überwachung. Danke, Herr Doktor. Tja, dann müssen wir wohl Silvester im Krankenhaus verbringen. Aber doch alle zusammen, oder? Ja, das geht bestimmt. Es wäre ja sonst wirklich traurig, wenn Greta und ich hier alleine wären, denn Silvester. Ich frage mal bei der Schwester, ob wir Gretas Zimmer etwas schmücken dürfen. Ja, das ist eine gute Idee. Sie dürfen jetzt zu Greta. Sie wurde schon ins Zimmer gefahren. Sie ist gerade am Aufwachen. Oh, danke. Dann gehen wir gleich zu ihr. Hallo, mein Schatz. Hallo, Mami. Wo bin ich hier? Du bist im Krankenhaus. Du bist im Krankenhaus. Du bist doch gestern vom Baum gefallen, Schatz. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Wie geht es dir, Greta? Bin noch ein bisschen müde, Mama. Das ist so schön, dass ihr alle in mein Krankenhaus gekommen seid. Natürlich, Greta. Wir lassen dich doch nicht an Silvester allein. Gleich geht es los. Wir zählen rückwärts. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Frohes neues Jahr! Ja, frohes neues Jahr! Oh, ist das Feuerwerk schön. Aber jetzt bin ich dann schön müde, Papa. Komm, Greta. Ich lege dich jetzt ins Bett. Danke, Papa. Hallo, liebe Zuschauer. Hat euch das Video gefallen und wollt ihr im nächsten Jahr kein Video verpassen? Dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Eure Familie Jansen. Eure Familie Jansen. Eure American себе.